Für was sich eine Drohne bei Wildunfällen eignet und wie man diese richtig einsetzen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video und erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video bei CoptaPro. Euer Alex hier und in diesem Video sprechen wir darüber, wie man diese moderne Technik, nämlich Wärmebilddrohnen, dafür einsetzen kann, bei Wildunfällen Wild schneller zu finden und schneller auch zu erlösen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wir wollen mit der Drohne die Schnelligkeit verbessern. Wir wollen hier, will ich von Anfang an direkt sagen, keinen Hund ersetzen. Wir wollen einfach nur mehr Informationen sammeln. Will ich einfach von Anfang an direkt gesagt haben, dass es hier eine Kombination aus Hund und Drohne wird. In diesem Video sprechen wir aber darüber, was ihr tun solltet, was ihr eher nicht tun solltet und wie man das Ganze durchführt. Wir stehen hier an einer vielbefahrenen Straße und das ist natürlich sehr gefährlich für den Hund. Und genau aus diesem Grund nutzen wir eben die moderne Technik. In diesem Video gehen wir das jetzt Schritt für Schritt durch. Zuerst werde ich euch mal sagen, warum nutzt man das Ganze. Dann werde ich euch die Technik vorstellen, die man dafür einsetzen kann. Dann gehen wir nach draußen. Ich zeige euch mal die Straße, von der wir hier gerade reden. Das kann man natürlich auf alle Straßen, Autobahnen etc. anwenden. Ich zeige euch, wo man starten sollte, was man beachten sollte und welche Sicherheitsvorkehrungen es gibt. Dann als nächstes gebe ich euch noch ein paar Beispiele mit an die Hand, wie gut das Ganze ist. Weil wir haben natürlich schon einige Wildunfälle mit der Drohne begleitet und konnten den Hund ebenfalls dafür einsetzen. Und zum Schluss sprechen wir nochmal darüber, warum es nicht unbedingt ein Ersatz des Hundes ist, sondern einfach ein weiteres Mittel, um Informationen zu sammeln, damit wir die Sicherheit für Hund und Hundeführer sicherstellen können. Also viel Spaß dabei. Wir starten mit dem ersten Punkt, nämlich warum macht man das Ganze überhaupt? Also warum ist das Ganze überhaupt relevant, eine Drohne für Wildunfälle einzusetzen? Welche Aufgabe haben Jäger überhaupt? Also grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe der Jäger, Unfallwild zu erlösen und wegzuschaffen. Aber wir haben uns dazu mehr oder weniger ehrenamtlich verpflichtet, das Ganze zu machen. Wir machen es einfach. Und das heißt, wenn jemand ein Revier hat, wie jetzt zum Beispiel wir, dann ruft die Polizei uns an, denn unsere Kontaktdaten sind bei der Polizei hinterlegt. Und wir müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit raus und die Tiere erlösen, wenn sie noch leben oder eben das verunfallte Wild entsorgen. Also was heißt, wir müssen es? Wir müssen es nicht. Wir machen es, weil es uns am Herzen liegt, das Tier so schnell wie möglich zu erlösen. Und wir wollen natürlich auch kein Reh oder keine Sau am Straßenrand liegen haben, vor allem bei so Temperaturen, wie wir gerade haben, nämlich 30 Grad. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen es nicht, aber wir machen es trotzdem. Also Jäger kümmern sich darum und der ein oder andere, der vielleicht schon mal einen Wildunfall hatte, weiß, dass der Jäger da meistens vor Ort ist. Kommt der Jäger nicht, erreicht man ihn nicht, macht die Polizei das Ganze. Aber die haben natürlich nicht so das Know-how, das Ganze durchzuführen. Und sie müssen natürlich etliche Berichte schreiben und sie machen das wirklich nur am Straßenrand. Die fangen jetzt nicht an, irgendwie in eine Hecke zu gehen, um das Tier zu erlösen. Und oftmals ist es das Problem, dass die Angaben der Autofahrer oder der Polizei nicht hundertprozentig korrekt sind und wir Jäger erstmal suchen müssen, wo ist denn die tatsächliche Unfallstelle. Weil leider Gottes fahren doch sehr, sehr viele Leute einfach vom Unfallort weg. Und das Tier, muss ich einfach so sagen, verreckt, elendig irgendwo im Graben. Und genau aus diesem Grund können wir eben die moderne Technik einsetzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Revier hast und hast Problematiken mit Wildunfällen, Autobahnen, Bundesstraßen, was auch immer, dann eignet sich so eine Drohne ideal. Nicht nur für die Kidsrettung, fürs Wildmonitoring oder mal deine Felder zu befliegen oder zum Beispiel Wildschadensvermessungen durchzuführen. Nein, auch um Wildunfälle bzw. verunfalltes Wild schneller zu finden, schneller zu erlösen und deinen Hund zu unterstützen. Das ist der erste Punkt, warum wir Jäger uns darum kümmern und warum eine Drohne dafür eingesetzt werden kann. Welche Vorteile bietet jetzt diese moderne Technik? Ich habe die Möglichkeit, erstmal die Unfallstelle klar einzugrenzen, wenn ich nicht unbedingt weiß, wo der Unfall passiert ist. Das heißt, ich fliege mit meiner Drohne an schwer zugänglichen Orten die Flächen ab und finde das Tier so schnell wie möglich. Denn unser Ziel ist es natürlich, das Tier, wenn es noch lebt, so schnell wie möglich zu finden und natürlich zu erlösen. Dann das Nächste, wir steigern natürlich die Sicherheit für Hund und Hundeführer. Gerade bei Nacht oder auch bei Tag ist es natürlich sehr, sehr gefährlich an der Straße für deinen Hund oder für dich selber. So, genau aus dem Grund können wir das nicht nur eingrenzen, sondern wir können auch aus der Luft erstmal abchecken, wo ist das Ganze und ist jetzt in dem Straßengraben überhaupt etwas oder ist das Tier vielleicht schon weiter in den Wald gezogen und können da die Nachsuche ansetzen. Mit Nachsucheführer oder deinem eigenen Hund, je nachdem wie er ausgebildet ist. Dann das Nächste, gerade bei Nacht. Nachts macht keiner eine Nachsuche, sollte man zumindest nicht, weil es natürlich sehr, sehr gefährlich ist. Man sieht nichts. Können wir eine Drohne mit zum Beispiel so einem Scheinwerfer hier einsetzen? Dieser Scheinwerfer bringt uns dann Licht und wir können natürlich dann das Wild auch im Straßengraben schneller finden, ansprechen, uns den Ort ausleuchten und das Tier so schnell wie möglich stressfrei erlösen. Da gibt es aber ein paar Punkte zu beachten, wie zum Beispiel Flughöhen, da sprechen wir später drüber. Der nächste Punkt, wir schaffen es natürlich nicht nur schwer zugängliche Orte abzufliegen, sondern auch große Abschnitte. Wir nehmen mal an, hier zwischen dem Ort und dem nächsten Ort sind zwei Kilometer. Wenn da die Kilometerangabe der Polizei, die wir bekommen, nicht 100% korrekt ist, weil zum Beispiel der Unfallverursacher weggefahren ist oder die Polizei es nicht genau einordnen kann, können wir diesen Streckenabschnitt in kürzester Zeit abfliegen, um zu schauen, liegt es denn irgendwo im Umkreis. So, das war es zu dem ersten Punkt, warum machen wir das? Ich fasse es nochmal zusammen. Wir als Jäger gehen ehrenamtlich hin und erlösen und entsorgen Unfallwild, denn die Polizei hat unsere Kontaktdaten und informiert uns, wenn was passiert, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir setzen unsere Kapazitäten ein, sprich unsere Hunde, unsere Hundeführer, unsere Autos etc. und es kann sehr, sehr gefährlich sein, je nachdem, wo das Ganze ist, wie an einer Autobahn, Bundesstraße oder auch so einer Landstraße wie hier. Das Nächste ist, die Jäger greifen immer häufiger auf technische Hilfsmittel, um das Ganze zu vereinfachen, wie ein Handwärmebildgerät oder eben eine Drohne. Die Drohne liefert uns Licht aus der Luft und wir können damit große Gebiete abfliegen und eingrenzen, wo der Unfall überhaupt ist, wenn wir keine genaue Unfallstelle haben. Und jetzt sprechen wir darüber, welche Drohnen hierfür geeignet sind. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und zwar, welche Drohnen eignen sich überhaupt dafür? Und da haben wir natürlich die passenden Komplettsets, die sich dafür eignen, die Drohne im Revier für die Kidsrettung einzusetzen, im jagdlichen Bereich einzusetzen, wie zum Beispiel, wenn du deine Felder abfliegen möchtest, die gleichzeitig aber auch Wildmonitoring und Wildschanzvermessung machen können. Genau diese Drohnen kannst du auch für das Thema Wildunfälle einsetzen. Die passenden Komplettsets erhältst du natürlich bei uns mit der korrekten Einrichtung der Drohne und der entsprechenden Schulung für zum Beispiel solche Einsatzgebiete. Also grundsätzlich brauchst du eine Drohne mit Wärmebildkamera. Mit Normalbildkamera bringt das nichts. Du musst eine haben, die beides kann. Normalbild und Wärmebild. Der Sensor sollte so hochauflösend sein, dass du bei allen Temperaturen fliegen kannst. Am besten 640 mal 512 Pixel. Denn die Flughöhe bei Wildunfällen oder generell beim Wildmonitoring ist entscheidend. Und wir müssen hier in einer Höhe von 80 bis 120 Meter Wild finden und ansprechen können. Zum Ansprechen nutzen wir die Normalbildkamera mit einer Zoom-Funktion. Diese Drohne hier hat zum Beispiel einen 56-fachen Zoom. Und ich kann aus der eben genannten Höhe 80 bis 120 Meter runterzoomen und die Wärmequellen hundertprozentig ansprechen. Bei Tag und auch bei Nacht. Man kann ebenfalls einen Scheinwerfer auf diese Drohnen montieren, damit auch nachts das Normalbild hell wird und man was sieht. Das nutzen wir zum Beispiel bei der ASP-Suche. Können wir euch gerne mal einblenden, damit ihr mal seht, wie man Sauen mit dem Scheinwerfer aus der Luft finden und ansprechen kann. Genauso wichtig ist das, wenn man nachts Unfallbild sucht. So, jetzt das Nächste. Man braucht eine relativ lange Akkulaufzeit von 40 bis 45 Minuten, damit man nicht zu oft zwischenlanden muss. Denn man kann das natürlich nicht genau kalkulieren, wie schnell finde ich das verunfallte Stück und wo befindet es sich. Habe ich eventuell lange Flugstrecken etc. Dann das Nächste. Man braucht eine Hinderniserkennung. Hier ein wichtiger Reminder. Die Hinderniserkennung funktioniert 360 Grad mit kleinen Kameras wie hier, aber auch nur über Tag. Bei Nacht funktioniert diese nicht. Und genau aus dem Grund zeige ich euch gleich noch ein paar Do's, also was man tun sollte und Don'ts, was man nicht tun sollte, zwecks Start- und Landeplatz und natürlich den Flughöhen. Denn das ist entscheidend, gerade mit Stromleitungen oder mit überhängenden Bäumen, sonst habt ihr nachts wirklich ein Problem. Diese Drohnen eignen sich und wenn ihr eine passende Drohne sucht, für die eben genannten Bereiche, Kidsrettung, Jagd, Wildschadensvermessung, Wildunfälle, also ein Allrounder, der alles kann, meldet euch gerne bei uns. Wir schauen, welche Drohne sich für dein Einsatzgebiet eignet. Auch wenn du vielleicht Drohndienstleister werden möchtest, um solche Aufgaben bzw. Einsätze gewerblich anzubieten, melde dich auch gerne bei uns. Wir stellen dir das passende Set zusammen, schauen, dass du ordentlich vorbereitet bist, dass du die entsprechenden Schulungen erhältst und beraten dich. Die Kontaktdaten findest du hier unter dem Video und wir freuen uns darauf, wenn du dich bei uns meldest. So, jetzt weiter im Text. Wir gehen raus. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt erstmal, wie die Straße hier aussieht und was ich mit schwer zugänglichen Bereichen meine. So, Leute, wir haben uns jetzt mal draußen positioniert, hier an einer viel befahrenen Straße mit dem Sprinter, unserem Landetisch und der Drohne. Wir haben uns jetzt hier so eine Bucht gesucht. Hier ist eine Kläranlage, hier ist so eine kleine Auffahrt. Wir zeigen es euch aber nochmal. Und ich zeige euch jetzt mal, wie gefährlich das hier ist. Ihr habt das vielleicht mal in einem unserer Drückjacht-Videos gesehen. Deswegen nutzen wir gerade hier in dem Bereich auch die Drohne vorher, vor der Drückjacht, um zu sehen, sind überhaupt Sauen drin oder eben nicht. Sind es jagdbare Sauen oder sind es keine jagdbaren Sauen? Um dann zu entscheiden, ob wir die Hunde hier überhaupt einsetzen. Weil sonst drücken wir die Bereiche hier einfach gar nicht oder nur mit einer ganz geringen Anzahl von Hunden, bevor sie uns hier totgefahren werden. Jeder Hundeführer kennt die Angst mit Straßen. Genau aus dem Grund möchte ich euch das hier nochmal zeigen. Also, wir gehen mal kurz hier rüber. Und zwar haben wir hier unseren Sprinter stehen und hier haben wir so eine S-Kurve. Es ist voll die Rennstrecke. Und Stefan, ich weiß nicht, ob man es sieht, seht ihr die Bremsstreifen? Und wenn ich auf dem Ansitz sitze, da oben, höre ich, wie die hier runterballern und driften. Und das ist echt schon krank. Man hat hier ein paar Serpentinen, ich zeige es euch gleich nochmal aus der Luft, die hier runtergehen, dann kommt eine lange Gerade, wieder Serpentinen, dann geht es hier in die Kurve, wieder geradeaus. Hier ballern die mit 100, 120 runter. Und nochmal einen kurzen Reminder. Wir haben sowas wie die Blattzeit, sowas wie die Brunft. Wir haben die Paarungszeiten, der Rehe, alles an Wild hat Paarungszeit. Und ihr seht das immer häufiger. Zum Beispiel ein Marder oder ein Dachs liegt dann auf einmal am Straßenrand. Das meistens in der Ranz. Also wenn sie eine Paarungszeit haben. Weil die werden einfach ein bisschen bekloppt am Kopf, fangen an mehr zu wandern und werden dann überfahren. Jetzt kommt hinter mir ein Auto. Wir lassen jetzt einfach mal die Kamera an. Mal gucken, ob er abbremst. Wenn hier eine Kamera an ist, gehe ich mal von aus, dass sie abbremsen. Aber ihr seht das immer häufiger. Und wenn die hier hochballern, und da kommt ein Tier raus, hat das keine Chance. Deswegen fahrt einfach langsam. Gerade morgens und abends. Fahrt einfach ein bisschen langsamer. Dann ist das Ganze in Ordnung. Und schaut immer, dass ihr vorausschauend fahrt. Er hat jetzt extra langsam gemacht. Das war jetzt Zufall. Normal ballern die hier richtig hoch. Aber hier hat man direkt hier am Rand, geht es direkt rein. Und man hat manchmal einfach keine Chance. Das verstehe ich. Da kommt ein Reh raus, man war gar nicht schnell und überfährt es. Okay, gut. Jäger informieren, Polizei informieren. Dann ist das ja auch kein Thema. Wir kommen, kümmern uns drum. Wenn man eben nicht angerufen wird, verrecken die Tiere elendig. Und das wollen wir einfach nicht. So, und achtet einfach darauf. Fahrt vorausschauend. Wenn es passiert, informiert alle. Und dann sind wir alle glücklich. Jetzt genug geredet. Ihr habt es gesehen. Jetzt sind sie Gott sei Dank mal langsam gefahren. Aber ich höre es ja vom Ansatz. Sie ballern hier runter. Ihr kennt das vielleicht bei euch an den Straßen. Ihr habt vielleicht die Problematiken mit Autobahn, Bundesstraßen, Landstraßen etc. Und eine Drohne kann da wirklich helfen, wenn es dann doch mal passiert ist. Und ich zeige euch jetzt einmal noch aus der Luft diesen Streckenabschnitt, damit ihr es einfach mal seht. Und dann gebe ich euch ein paar Infos mit, die euch helfen, das Ganze sinnvoll durchzuführen. Und die Drohne dafür zu nutzen, Informationen zu sammeln, damit die Tiere nicht länger leiden müssen. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aus der Luft aussieht. Wir haben hier einmal eine sehr lange Gerade. Und die geht bis ins Tal rein. Und wir fliegen jetzt mal einmal höher. Und ihr seht, wie schnell man hier fahren kann, bevor unten wieder die Kurven kommen. Rechts und links natürlich der Bewuchs gekürzt, damit man das Wild erkennen kann. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, es bringt nicht unbedingt was, weil die kommen mit einem Carajo runter oder von unten aus dem kleinen Tal hier hoch. Und wenn man das jetzt einfach mal so sieht, wie hier die Gerade ist, dann weiß man, warum man hier eine Drohne einsetzt, bevor man hier eine Nachsuche mit dem Hund macht. Weil wir haben hier einfach nur eine Bucht, wo wir hinfahren können. Und je nachdem, wo der Unfall ist, haben wir keine Chance, das Ganze durchzuführen. Also nutzen wir hier eine Drohne, um das Ganze so sinnvoll und gut wie möglich zu machen. Und hier seht ihr die lange Gerade, die zweite lange Gerade. Und dann kommen hier die Kurven. Und da driften die Leute. Und dann geben sie hier wieder Gas. Und das ist eben genau der Grund, warum das hier so gefährlich ist. Und ich denke, ihr habt auch ein paar Ecken im Revier, die sehr, sehr gefährlich sind. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt habt ihr mal eine Übersicht, wie das bei uns hier aussieht. Und hier oben ist natürlich noch der Haupteinstand und die wechseln über die Straße. Und dann haben wir natürlich ein Problem. So, jetzt sehen wir hier sogar noch ein Auto fahren. Und der ist jetzt auch nicht gerade langsam, aber jetzt rast jetzt auch nicht mega schnell. Naja, soviel zu dem Thema hier aus der Luft. So Leute, wir haben uns jetzt hier an der Straße positioniert. Wir machen das in Real-Life-Bedingungen. Hinter mir fahren die Autos. Auf jeden Fall fahren sie jetzt, wie gesagt, ein bisschen langsamer. Ja, auf was sollte man achten bei dem Thema Wildunfall? Die Autos fahren relativ schnell oder es kann trotzdem mal was passieren, weil das Wild halt eben wechselt. So, wenn was passiert, wie gesagt, sollte man natürlich den Jäger beziehungsweise die Polizei anrufen. Im Normalfall wird die Polizei angerufen. Die verständigen uns als Jäger. So, wir bekommen dann aber eine Angabe, wie zum Beispiel einen Kilometerabschnitt. Das sind so kleine Felder hier auf den Leitposten. Ich glaube, Leitposten nennt man die Dinger. So, man steht da ein Kilometerabschnitt so oder so. Manchmal sagen die aber auch, ja, zwischen dem Ort, bevor der Wald kommt. Und dann fängt man an und sucht und sucht und sucht. So, jetzt geht es da aber wirklich um Minuten, weil, ja, es kann sein, dass die Polizei schon weggefahren ist, kommt schon vor, dann der Unfallverursacher einfach weg ist, dass man die Info erst nächsten Tag kriegt, wie auch immer. Und genau aus dem Grund können wir eben die Drohne einsetzen. Wir haben uns jetzt hier in der Bucht positioniert und das ist der erste Punkt. Stellt euch irgendwo hin, wo ihr sicher vom Verkehr seid. Ich habe noch ein bisschen Abstand nach hinten. Das heißt, ich bin auf jeden Fall sicher vor den Autofahrern. Die ballern nicht in mich rein. Sucht euch also eine Bucht. Fliegt lieber ein bisschen weiter, als dass ihr euch direkt an den Unfallort mit Warnblinker stellt. Weil, es kann ja auch sein, dass wenn da irgendwo die Unfallstelle ist, ihr könnt die genau identifizieren, weil da zum Beispiel ein Flatterband hängt, fahrt erstmal die Straße ab, merkt euch diesen Punkt, fahrt wieder hoch an eine Bucht, fliegt von da aus, weil wenn das kranke Stück unmittelbar in der Nähe liegt, dürfen wir so wenig Stress für das Tier machen, wie nur möglich. Und das geht durch eine hohe Flughöhe. Also, Punkt 1, sucht euch eine Bucht, fliegt lieber ein bisschen weiter. Punkt 2, ihr solltet die Flughöhe von 80 bis 120 Meter annehmen. Bei Tag und auch bei Nacht. Bei Nacht ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Start- und Landefeld, achte darauf, dass das nach oben frei ist. Weil, solltet ihr einen Verbindungsabriss kriegen, dann müsst ihr natürlich dafür sorgen, dass die Drohne hier wieder landen kann. Und das geht nur, wenn keine Äste, Bäume, Stromleitungen etc. überhängen. Das heißt, euer Start- und Landefeld sollte horizontal und vertikal mindestens 10 Meter frei sein. Aber, das geht natürlich nicht immer, deswegen sollte es so frei wie möglich sein. Zumindest mal nach oben. Weil die Drohne ist schon sehr genau. Wenn ich die jetzt hier starten lasse, drücke Home, landet die auch wieder hier in dem Umkreis. Wichtig ist nur, dass nach oben nichts ist. So, jetzt der nächste Punkt. Bei Nacht. Bei Nacht solltet ihr natürlich darauf achten, dass die Hinderniserkennung der Drohne nicht funktioniert. Genau aus dem Grund müsst ihr über der Baum reinfliegen. Ich mache das immer folgendermaßen. Ich fliege immer am Rand der Straße überhalb der Baumreihe, gucke dann links rein und gucke dann rechts rein. Machen wir auch gleich mal zusammen, damit ihr seht, der 90 Grad nach unten gucken bringt nicht unbedingt was. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Im Sommer ist die Vegetation sehr, sehr dicht. Und da muss ich den Rand wirklich ganz genau abfliegen, wenn ich keine Unfallstelle habe. Wenn ich eine Unfallstelle habe, dann kann ich das sowieso eingrenzen. Und wenn ich da mit der Drohne nichts finden sollte, könnt ihr auch davon ausgehen, dass da zu 99% nichts ist, könnt dann aber noch mal mit dem Hund im Wald eine Kontrollsuche machen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber grundsätzlich, da wechseln wir da die Sauna oben, grundsätzlich ist es so, dass ihr einfach darauf achten müsst, dass ihr aus mehreren Blickwinkeln in das dichtige Stripp gucken könnt. Ihr seht dann, ob da was liegt oder nicht. So, das ist der nächste Punkt. Und jetzt würde ich sagen, geh mir mal in die Luft. Ich zeige euch mal, wie ich das Ganze mache. Denn ich gehe nicht direkt über die Straße, weil da ist einfach die Gefahr zu groß, dass wir hier auf ein Auto fallen. Hier ist nicht so viel Verkehr, aber bei einer Bundesstraße sieht das Ganze anders aus. Deswegen halte ich den Abstand. Und jetzt noch was zu den rechtlichen Dingen. Man muss einen Führerschein dafür haben, nämlich den A2-Schein, um den Abstand zu Bundesstraßen und Autobahnen unterschreiten zu dürfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, bei Landstraßen ist das kein Thema. Ihr müsst dann nur einen entsprechenden Abstand halten zu unbeteiligten Personen, nämlich zu Leuten in Fahrzeugen. Die gelten nämlich als unbeteiligte Personen. Also habt ihr ein Revier, wo ihr zum Beispiel eine Autobahn, eine Bundesstraße oder Angrenzen, Häuser etc. habt, müsst ihr den A2-Schein haben. Den könnt ihr übrigens bei uns machen. Verlinken wir hier unter dem Video als kompletten Online-Kurs. Grundsätzlich dürft ihr auch mit dem A1, A3 an so einer Landstraße fliegen, müsst aber einen entsprechenden Abstand von 150 Meter zu unbeteiligten Personen einhalten. Das ist natürlich dann schwierig, wenn da ein Auto kommt, weil da müsstet ihr immer wieder wegfliegen. Grundsätzlich würde es aber gehen. Ich empfehle einfach jedem, macht einen A2-Schein. Ist kein großer Akt. Bei uns liegt die Bestehensquote bei 100 Prozent. Ist noch keiner durchgefallen. Könnt ihr mit ruhigem Gewissen machen. So, jetzt nochmal zurückzukommen. Ich fliege jetzt gleich mal hoch und zeige euch, wie das Ganze funktioniert, wie man hier schön drunter gucken kann. Und bei Nacht haben wir natürlich noch den Vorteil des Scheinwerfers. Wir drehen jetzt über Tag. Deswegen kann ich euch den jetzt hier schlecht zeigen. Aber er neigt sich immer mit der Kamera. Das seht ihr. Und wir blenden euch gerne nochmal Aufnahmen ein, wie der Scheinwerfer aussieht. Weil wenn man da ein Stück gefunden hat, lebendig oder eben tot, und es anspricht, dann kann man das auch aus 80 bis 90 Meter aus der Luft machen. Und ein Stück, das ohne Adrenalin steht, wird dadurch nicht aufgeschreckt. Es wird eher aufgeschreckt, wenn du direkt mit deinem Hund hier entlangläufst. So, und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich dann das Stück irgendwo liegen habe, kann ich es entweder direkt erlösen, wenn die Gegebenheiten das zulassen, oder muss eben schauen, dass ich irgendwo, wenn es zum Beispiel im Wald liegt, da eine Möglichkeit habe, das zu erlösen. Oder der Hund bindet es von mir aus auch noch. Aber natürlich ist der Einsatz von einem Hund an einer vielbefahrenen Straße einfach saugefährlich. Deswegen empfehle ich jedem, holt euch eine Drohne, guckt, ob da was ist und dann könnt ihr dementsprechend loslegen. So, das war es jetzt hier mit der Erklärung und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Luft, starten die Drohne einmal, schauen unser Umfeld nochmal an, ist alles frei, machen auch hier einen Pre-Flight-Check, kurz die Drohne stehen lassen, weil, wenn das zum Beispiel in so einem Tal ist, kann auch mal das Signal ein bisschen schlechter sein, die Drohne abdriften. Deswegen, ne, die steht sauber und ich würde sagen, wir gehen hoch und ich zeige euch mal, wie man hier den Rand abfliegt, jetzt bei Tag mit der Wärmebildkamera der DJI Mavic 3 Thermal. So, und wir starten hier, ich bin im Normalmodus, damit die Hinderniserkennung funktioniert, hier über die Straße raus und gehe erstmal hier in die Mitte der Straße. Der Punkt ist folgender, hier ist eine Straße links und rechts. Wenn jetzt die Drohne wegen einem Akkuproblem oder sowas runterfallen würde, würde sie in den Busch fallen und nicht auf die Straße. Deswegen sage ich euch, fliegt immer, neben der Straße oder auf so Streifen und nicht direkt über der Straße. Wir schalten jetzt die Wärmebildkamera ein, schalten in den Split-Modus, gehen jetzt zurück und fliegen hier diesen Hang ab. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr warm, das ist klar, aber es geht ja einfach nur darum, euch das mal zu zeigen. Wenn jetzt ein Wildunfall über Tag passiert und ihr könnt es nicht direkt eingrenzen, natürlich muss man dann seinen Hund hinzuziehen. Deswegen ist die Drohne auch kein Ersatz, sondern ein Hilfsmittel bei Nacht oder bei, wenn man zum Beispiel das Unfallgebiet oder den Unfallort eingrenzen möchte. Grundsätzlich ist es so, ich fliege hier immer am Rand, ihr seht es, ich bin nicht direkt über der Straße hier, ich bin hier am Rand und wenn dann was passieren würde, wäre es nicht ganz so schlimm. Jetzt drehe ich mich einmal, gucke mir hier nochmal die Baumreihen an und gehe auf meine Flughöhe von 80 Meter. So habe ich natürlich die Möglichkeit, alles abzuschauen, ohne das Wild aufzuschrecken. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt mal eine Wärmequelle, ich zeige euch mal, was das Ganze ist. Da haben sich einfach ein paar Steine erhitzt und hier können wir immer noch von oben reinzoomen. So, und jetzt seht ihr, wir fliegen jetzt diesen Rand ab und ich habe hier einen Kameraneigungswinkel von ca. 70 Grad, bin neben der Straße und kann jetzt hier schauen, ob dort was ist. Wenn die Gegebenheiten das nicht anders zulassen, könnt ihr auch die Flughöhe reduzieren, aber maximal auf, oder minimal auf 60 Meter. Das ist wirklich die minimale Höhe, tiefer würde ich nicht gehen. Es ist natürlich so, das muss man von den aktuellen Gegebenheiten abhängig machen, aber grundsätzlich fliege ich den Rand ab, immer neben der Straße. Jetzt erstmal den hier und dann im Prinzip die andere Ecke, einmal kurz über die Straße gehen hier. Da kommt auch gerade kein Auto. So, da unten kommt eins. Jetzt bin ich wieder über der Mitte und fliege jetzt diesen Rand hier ab. Und so gefährde ich keine Autofahrer und kann hier den Rand abgucken. Das funktioniert natürlich auch auf so einem Feld wie hier oben, weil oftmals, nehmen wir mal an, da wird ein Reh angefahren oder eine Sau und die geht hier irgendwo rein, wenn das Gras ein bisschen höher steht oder hier ins Feld, wenn die Felder höher stehen, findet man die auch sehr, sehr schlecht. Oder wenn sie hier im Graben liegen, ich sage jetzt mal da oben irgendwo und der Unfall aber laut Polizei hier passiert sein soll. Ja, dann haben wir natürlich auch ein Problem, weil da sucht dann keiner mehr. Und so können wir einfach dann hier diesen Rand abfliegen über das Feld. Und da blende ich euch jetzt mal ein Beispiel ein, denn das habe ich schon mal gemacht und da war die Angabe vom Autofahrer, das Dreh hat nichts, ist ganz normal weitergelaufen, weggelaufen und der Unfallort war nicht klar und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Musik So, das war es jetzt mal aus der Luft und mit unserem Beispiel. So, und jetzt noch ein Thema. Wir haben natürlich aktuell 30 Grad, aber die Wildunfälle passieren meistens morgens oder abends. Dass über Tag Wildunfälle passieren, eher unwahrscheinlicher. Mit der Drohne habt ihr dann natürlich einen guten Wärmeunterschied. Und jetzt kommen viele wahrscheinlich und sagen, ja, aber die Vegetation, wenn die so dicht ist, sieht man dadurch nichts mehr. Naja, die Frage ist die, wenn du mit deiner Drohne abfliegst, weil der Unfallort nicht klar ist und dadurch den Unfallort eingrenzen kannst, ist es immer noch besser, als, ja, gar nichts zu finden. Weil oftmals findet man die Tiere, aber viel weiter weg, wo man vielleicht gar nicht mit dem Hund gesucht hätte. Noch ein wichtiger Punkt. Die Drohne ist nur ein Hilfsmittel, das in gewissen Situationen eingesetzt werden kann. Im Winter, bei kälteren Temperaturen, wenn kein Laub da ist, kann ich da sogar mit über den Bestand fliegen und schauen, wie weit im Prinzip das Tier noch weg ist. Aber grundsätzlich ersetzt es keinen Hund und keinen Nachsuchführer. Aber wir können das Tier schnell finden, Informationen mit der Drohne sammeln, die wir sinnvoll nutzen und eventuell an den Hundeführer weitergeben. Das ist genauso wie beim Thema Nachsuche. Es ist nur ein Hilfsmittel, weil grundsätzlich kann ich auch hier mit meiner Wärmebildkamera durchfahren und schauen, ob das Reh hier irgendwo liegt. Ich kann es auch einfach aus der Luft machen, das ist deutlich störungsarmer. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, Drohnen bei der Jagd, Fluch oder Segen. Da geht es um so Themen wie zum Beispiel die Wildschadensvermessung, Wildmonitoring, Wildunfälle und andere Themen. Und genau aus diesem Grund muss moderne Technik nicht immer schlecht sein. Das ist ja das, was ich immer predige. Die, die hier schon länger zugucken, wissen das Ganze auch. So, grundsätzlich, ich fasse es nochmal zusammen, passt die Flughöhe natürlich eurem Terrain an. Achtet darauf, dass ihr ein freies Start- und Landefeld habt, keine Stromleitung, keine überhängenden Bäume. Startet im normalen Modus, achtet darauf, dass Nachtziehhinderniserkennung nicht funktioniert. Sucht euch eine Bucht, damit ihr nicht überfahren werdet. Schaut darauf, dass ihr in einer Flughöhe von 80 bis 120 Meter unterwegs seid. Wenn es nicht anders geht, minimal runtergehen auf 60 Meter, denn da passiert definitiv nichts. Jetzt noch ein Punkt, ihr könnt auch gegen den Wind fliegen. Der Wind kommt jetzt von hinten, wir haben jetzt hier Westwind, ist das eigentlich ideal, um hier runter zu fliegen, weil dann kriegt das Tier noch weniger mit. Man muss es aber auch dazu sagen, wenn da Polizei steht, noch ein Autofahrer steht etc., dann ist da sowieso Trubel und dann liegt das Tier ja meistens auch da, da braucht ihr auch keine Drohne einzusetzen. Es ist wirklich dafür da, um den Unfallort einzugrenzen, wenn ihr nicht wisst, wo das Ganze passiert, weil keiner mehr am Unfallort ist und so weiter. Grundsätzlich soll es keinen Hund, keinen Hundeführer ersetzen. Wir steigern damit die Sicherheit für Hund und Hundeführer und wir können das Gebiet eingrenzen. Und ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch das Video. War relativ lang. Ich wollte es euch so gut wie es geht erklären und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum neuen Video bei Copta Pro. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mit einer Drohne ein verunfalltes Stück finden und erlösen konntet. Und bis dahin sage ich, macht's gut, fahrt langsam, Weidmannsheil, euer Alex von Copta Pro.